Hallo und willkommen zum neuen Folge von Craftopia Und die Monos winken mir zu Ja genau, also zuwinken und dann anspringen wollen Nee, 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 nee Oh, das ist so süß, die winken mir zu Winken es nochmal, komm Hallo Ach, ist das süß Du, was hätte ich gerne das Haustier Gut Ähm, wir haben Unser Zeug wurde inzwischen verkauft Wir haben hier Jetzt da unten 1077 Wir brauchen gut das Doppelte noch Das Kupfer ist auch so gut wie durch Für die 2 kann man noch warten Für die 1 kann man noch warten Das ist jetzt fertig Ja Äh Äh Genau, da hatte ich was gelesen Okay Okay, man kann das sehr gut einsammeln Geile Geschichte Kann schon der nächste werden Wie ist es denn die Möglichkeit So, was haben wir denn hier? Steinschwert Kupferschwert Kupferschwert Eisenschwert Silberschwert Silberschwert Ein Kupferbogen Ein Eisenbogen Ein Silberbogen Ehm O Gott Tod. Tod. Du hast etwas von deinem Geld verloren. 108 Münzen verloren? Uff. Ähm... Okay. Ist jetzt der Bär Ass offen? Oder ist er disporrend? Oder... Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Und man braucht doch eine... Feder. Appleseed. Okay. 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 Ich habe nichts dagegen. Ähm... Genau. Ich... Wollte so ein... Hoverboard nehmen. Hey. Mal ein bisschen Burscht sortieren. Hm. Der Kleider ist ja ausgerüstet. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Das muss... Das kann man eigentlich schnell reparieren. Das scheint ja recht kostengünstig zu sein. Oh, bei mir haben jetzt Kupfer... Wie kann ich eigentlich noch das Kupfer hernehmen? Ich schwib... Ich schwib... Ich schwib... Ah ja! Und... Äh... 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 Ich schwib... Ich schwib... Ich schwib... Äh... Ich schwib... Ich schwib... Ich schwib... Ich schwib... Oh Gott! Ich schwib... Okay, das ist halt... Ne... 1... 1a von... Beim Sparten auf Wasser geht's... Nicht. Das ist so von zurück in die Zukunft geklaut. Ah, da ist hier halt ein Speed drauf, aber es kriegt Schaden. Okay. Ah, Tricks kann man da nicht aufmachen. E, get off. Aber man kann es anscheinend nicht mehr einsammeln. Also man kann es einmal platzieren und dann ist es halt... Jetzt können wir einen Durchschnitt erhoben. Oh doch, oh Gott. What the? Oh. Junge. Wenn es so weiter geht, ist es nicht gleich am Arsch. Hey. Äh. Hallo. Wer? Komm ich hier hoch? Oh, nein. Ich will mit dem Hoverbooter hoch. Ich will einfach bloß mit dem Hoverbooter hoch. Yo, 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 yo. Wie? Oh. Okay, ich brauche mehr Federn auf jeden Fall. Dann kann ich mir mehr von den Dingern machen. Weil es scheint zu setzen, dass es arg viel aushält. Hui. Junge. Da brauchst du einen Führerschein für. Das ist jetzt eh gleich am Arsch. Okay. Hui. Führerschein. Ja. Okay. Ja, nee, also... Tricks, gut und schön. Ha! Ist zwar fast am Arsch, aber... Hehe. Uiih! Gut. Ähm... Weiterhin Tickst. Ich hätte gerne eine Kupferspitzhacke. Tickst. Na, ich habe das Wald schlecht. Ich habe aus. Was ist das Altar auf Transpiration? New, 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 Island... New, 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 and... Not bad. Ah, ja, da kommt man auf schwerere Inseln, also mit einer höheren Anführung. Das ist gut. Mit Ruhe. Ich frage mal, jetzt frag ich mich. Ich frage definitiv noch mal Vogelpedern. Da unten gab es Hühner, ne? Äh, okay. Minecraft-Feeling in der Nachtsborn-Skelette. Das schaut aber sehr unbeholfen aus beim Laufen. Na, zumindest kein Bogen, wie das ausschaut, sondern ein Schwert. Da sind einiges an Kühen, aber irgendwo gab es Hühner. Ansonsten hole ich mir da so eine Mühe noch. Oder zwei. Wobei. Habe ich nie hergestellt? Das können wir verchicken. Das lassen wir. Oh ja, 41 immerhin. Dann ziehen wir das runter. Da haben wir noch ungebratenes Fleisch. Das Klatschen oder mal schnutz. Lagerfeuer, würde ich sagen. Sechs Stück zu kommen. Nein. Na, ich wollte mal gucken, ob man den großen Stein da hinten auch abbauen kann. Weil der müsste dann theoretisch einiges an Materialien geben. Schicken. Echt? Ne. Schade. So, und das? Was ist das? Hüpfer, glaube ich. Ja. Ah ja. Feder. Neues Abobot ist sicher. Stein und ein Schub. Schaut schon irgendwie toll aus, dass er noch kommt. Zick. 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 Ah, die Langsmitz-Hung. Lass'n. Huhn, ich will dir ans Ei. Ne, ja, und die Knie. Ah, okay. Das ist Retro. Ah, okay, der wird warten. Der ist ein bisschen Ruhe. Äh, ein kleiner Blick. So, da bin ich wieder. Postbote war da. Unsere Bücher-Serie Postbote einen Tod zu verschulden. Mehr oder minder. Ähm... Gut, ich habe jetzt nicht irgendwie auf Pause gemacht oder irgendwas. Das ist einfach weg. Ja. Hätte nicht sollen sein. Ich bin tot und verhungere. Äh, ja. 101 verloren. Jetzt hören wir wieder einiges an. Fla. Snacken wir uns das noch ein. Und wir brauchen auf jeden Fall mal noch Holz. Jetzt nehmen wir uns gleich mal auf den Weg mit. Das ist ein Chicken. Chicken! 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 Und wir brauchen einen Tempo drauf. Wir müssen ein paar Federn haben. Alles gut, Hühnchen. Ich will nur ein paar Federn. Federn, 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 Federn. Ich habe nämlich die Vermutung, dass wir das Harbor-Boot nicht reparieren können. Hallo, Mr. Skeleton Private. So. Potato Seeds. Okay. Die lassen Seeds fallen. Das ist durchaus interessant. Mox lassen Seeds fallen. Haben wir noch ein Hühnchen? Hühnchen! 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 Er ist kackert selbst noch im Brot. So. Klopf. 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 Kann ich jetzt von Bühnen verfolgen? Ähm... Was war das? Okay, ich kann es nicht reproduzieren. Wahrscheinlich war das genau so ein Punkt... ...zum durchfallen. War auf jeden Fall kurz sehr interessant. So, was haben wir an Holz? 950, ich denke mal, damit kommt man etwas aus. Ähm... Das ist alles Kupfer... Kann man hier irgendwo... Eisen? Eisen? Kann man kein Eisen? Und dann wird schon ein bisschen Eisen abbrauen. Das ist auch wieder bloß Kupfer. Oder? Nein, das ist Eisen! Hm... Wenn man zuerst das Eisen... ...soll man bestimmt noch mehr abbrauen können. Wo sind wir mit? Dann ist das, wie es ausschaut, auch Eisen. Ja! Die Kleider für Flug-Skills... ...hat man einfach bei Breath of the Wild gelernt. Ja, genau. Das Kupfer ist halt möglich. Im Ganzen. Ähm... Was geht das vom Eisen? Das ist... ...diamant, oder was das ist? Ich habe es auch geklappt. Wie ne Diamants sind? Aber gut! Dann haben wir hier noch Eisen. Gut. Dann schmelzen wir einmal das Eisen ein. 52! Läuft! Kommen Sie ran! Ich muss nur die Einser. Kommen Sie ran! Kommen Sie ran! Geht klar! Ah! Äh... Na, so. Was haben wir denn jetzt noch? Was noch dort und unten? Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe nicht mal in Harder-Boden aus. Aber das Teil ist ja übelst genial. Äh... Wird mal nächst... Da brauchen wir halt das Hieron. Ein Filetisch. Ein Kupferschild und... Weizen... Du... Also... Ähm... Mehl. 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 Da nicht... Hm? Na... Nun... Na, auf Schalkhol. Da haben wir gerade aber holen. Und so, äh, alt, klick, äh, so, äh, sex, gott, äh, so, 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 5, 20, und ein Eisenschwert, äh, 30, das ist, äh, ne, so, äh, ich glaube ich muss nur 2,30, Eisenschwert, 10, 30, 35, okay, würde ich auch sagen. Was? Hm? Schatz. Gibt es eine Bär-Epidemie, oder? Zack. Und, das ist nochmal. Ach, Leute, wäre es doch ein Bitterfall. Soll ich nicht allgemein recht geliebt hier, äh, da, irgendwo, da ist der Bär. Nein. Gehen wir schnell zum Markt. Drehen den das ganze Kupferzeug an. 509 von Geburt. Fah. 850 läuft. Äh, wo ist die Klaue mit Fisch rein? Zum guten Vorwort, die 360. Hm. Also so, so. So. Gut. Und damals natürlich schnell den großen Kottisch. Jetzt stehren wir den da hin. Diesen Kott. Und doch noch Mehl. Was ist das? Super. So. Aus. Sugarteen. Oh. Schön. Gebrenntes Essen. Schön. Bright Eggs. Oh. Salz. Oh. 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 Wein. Reserve. Okay, dann brauchen wir Weizen. Zwei Weizen für ein Mehl. Das heißt, wir brauchen 20 Weizen. Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne einen Like und kommt da, wenn euch die Folge gefallen hat. Gerne auf ein Abo, würde mich sehr freuen. Das habe ich mir gleich hoffs. Und, dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und? Achso. Ich bin sehr steifer. Äh. Joa. Gut, ich habe jetzt nicht gewusst, dass Holz und Federn so explodieren können. Äh. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.